Die Schlagersängerin Andrea Jürgens ist gestorben. Das teilte ihre Agentur am Donnerstag mit. Kurz zuvor war sie wegen Nierenversagens ins Koma gefallen. Andrea Jürgens war im Mai 50 Jahre alt geworden. Auch auf ihrer Facebook-Seite wurde die Nachricht verbreitet. Bekanntheit erlangte die Entdeckung von Schlagerproduzent Jack White in den 70er Jahren als Kinderstar. 1977, mit 10 Jahren, trat Andrea Jürgens in der Silvestergala der Sendung am laufenden Band auf und sang das Lied und dabei Liebe ich euch beide. Es wurde ihre erste Hitsingle, denen in späteren Jahren zahlreiche weitere folgten, darunter Ich zeige dir mein Paradies. Ihren größten Erfolg feierte Andrea Jürgens 1979 mit ihrem Album Weihnachten mit Andrea Jürgens, das sich rund 1,5 Millionen Mal verkaufte. Danach folgten Platten mit Volksliedern und einige weitere Singles, mit denen sie wiederholt in der ZDF-Hitparade auftrat, unter anderem die Cover-Versionen Mamala Rin und Japanese Boy. Nach einer längeren Pause gelang ihr in den 90er Jahren ein Comeback. Ihr letztes Album Millionen von Sternen schaffte es 2016 in die Top 10.